Jetzt greift es uns genau das an, was ich am liebsten gehofft hatte, dass es uns nicht angreifen wird. Nämlich die Maus ist die einzige, die wirklich Probleme machen könnte vielleicht. Okay, wir können seinen Feuerzauber abwehren. Okay. Alter. Mann, 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 Mann. So. Damit hätten wir auch den Hellstone. Verdammte Axt hier. Das ist auf jeden Fall noch Hellstone. Da funkelt es. Also muss der Hellstone sein. Und das hole ich mir. Oh, die Lava kommt schon gar nicht mal richtig hinterher. Ich bin viel zu schnell. Wow, wow, ich mache hier alles auf Speedworn. Oder was geht hier jetzt ab? Noch haben wir eine Minute. Okay, ich trinke mal vorsichtig aber schon. Weil das ist mir dann doch einfach zu... Ja. Das übersehe ich ja mal schnell wieder und dann war es das mit mir. Okay, hier ist kein Hellstone, ne? Das ist schade. Aber da funkelt es noch. Okay. Mal sehen, ob da noch Hellstone ist. Ich hoffe ja. Und zwar möglichst viel, bitte. Ja, das sieht gar nicht mal so übel aus. Ah, das sieht doch mal noch was aus. Vielleicht sollte ich hier noch eben mal kurz ein bisschen Luft... Und uns greift schon wieder eine Feuermaus an. Diese Höllenmaus, wie auch immer. Ach toll. Zack, zack, zack. Jetzt habe ich eben nicht auf meine Luftanzeige geachtet. Zum Glück noch nicht zu spät. 165, wir brauchen mindestens 250. Wir haben nur noch ein Poinsen. Oh, 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 oh. Das reicht doch nie und nimmer. So. Das da unten traue ich mir nicht abzubauen, weil... Ja. Ich bin doch ein bisschen nah an der Gefahrenzone, sage ich mal. Was geht denn da ab? So, erstmal Luft holen. Danke. Was ist das denn für ein Turm? Ist auch nicht das normale Dings. Hm. Sehr merkwürdig. Eine Minute noch. Der letzte Poinsen-Trank wird angetrunken. Alter, wie viele da sind. Jetzt puff ich die ganze Zeit auf, okay? Aber ich merke, ich bin immer noch zu ruhig. Ich sag hier kaum was. Es tut mir echt leid, aber... Irgendwie bin ich hier gerade auf 180 und will mich einfach nur hier drauf konzentrieren, dass wir möglichst viel hier mitkriegen. Wenn wir denn schon mal hier sind. Na, 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 na. Na, na, na. Los. Bau den Hellstone ab. Ja, natürlich auch mit TNT Das, oh toll Fällt mir natürlich viel zu spät ein Egal Was soll's, jetzt ist es eh zu spät Das heißt, falls es sich mit TNT überhaupt Weg sprengen lässt, ich glaub, die brauchen nämlich Drei Drei Sprengungen, damit es weg geht Mein, ich hätt' ich gelesen Vom Hellstone Keine Ahnung Und zack Ah, jetzt brenne ich hier unter Daueraufbedingung oder was Okay, brennen müsste ich sowieso schon Bis zum Gehen nicht mehr Aber guckt euch das hier mal an Warum prügeln sie sich wohl Wer mich als erstes töten darf oder was Das wird keiner von euch sein Ich bin mal klein, ja, klein Arsch Gefeuchte Wichser oder wie auch immer Ist mir auch scheißegal, was ich hier grad sabbel Ich will nur dieses Hellstone abbauen und fertig So, also, ich hab noch Zwei Minuten Nach der Uhrzeit Jetzt wird's dann gleich am Knapp, ich hab kein Poinschen mehr Und ich hab immer noch nicht 250 Da liegen noch Hellstones, okay Die Maus interessiert mich mal überhaupt nicht Gerade erst er bemerkt, dass sie das schießt Loll Stell mich aber mal vielleicht in die richtige Richtung Damit ich das auch wirklich abwählen kann Und jetzt hier ne Wohnung da vorne Oh, jetzt sind's schon zwei, okay Jetzt Ja, klar Geht weg mal Das ist meine Hülle Man Okay, ich muss sowieso raus Auf Wiedersehen Boah, ey Das ist immer ne anstrengende Partie Ja, ich will hier hoch Danke Können wir eigentlich ja Ach, egal, ich lass noch hier stehen So, und jetzt haben wir gleich genug Material Dann können wir auch unseren Keller schon mal machen Mhm Ich nehm jetzt als Belohnung einfach einen Heiltrank Auch wenn das die reine Verschwendung gerade ist Isst mir sowas von Banane Aber sowas von Donkey Kong Banane Mhm Ihr habt richtig gehört Donkey Kong Banane Nein Und es ist nicht das, woran ihr denkt Okay, also Mal gucken, wie viel wir haben Ich kaufe zumindest etwas Naja, aber ich glaube, das reicht nicht Ich glaube, das reicht nicht Nicht für alles So, äh Haben wir kein Holz mehr Oder wie, oder was, oder wo We're guide Ach ja, wir müssen rüber Okay, ich hab's Ich hab's schon geschnallt Okay, ich geh ja schon Hei, die gefresse Yay Das kann ja auch mit Teleporter Hui Kaching Okay, also Als erstes Ja, ist unsere sogar besser Ne, mach ich nicht Auf jeden Fall Die hier Zack Können wir Neun Defens Acht Defens Acht Defens Wie viel hab ich? 53 Ja, und für den Rest reicht das schon wieder nicht Naja, zumindest etwa schon mal Ach, ach, jetzt hab ich den Z-Bomus aber nicht mehr, ne? Na gut, in dem Fall Lass ich das denn doch noch lieber an Und, ja Mal sehen Auf jeden Fall Wir haben jetzt eine Feuerpickaxe Oh Nein Jetzt mach ich meinen Turm hier kaputt Oh Eckerer Oh la Visenta Ja.